Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu Episode 43 von Hogwarts Legacy. Ich werde in dieser Episode erst einmal in der Übersichtskarte gucken. Wir werden uns die fehlende letzte Landingplattform in North Hogwarts hier reinziehen. Ich habe geguckt wo die ist. Die ist ungefähr hier irgendwo oder da. Wir teleportieren uns mal kurz darüber. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Niemand da. Ist nur der Wind. Oh, hier oben ist die Plattform. Hier ist auch noch irgendwo eine Truhe oder nicht. Doch, da. Ich musste diese Folge aufgrund eines Bugs nochmal neu starten mit der Aufnahme. Eine Merlin Trail ist komplett verbuggt gewesen und deswegen wusste ich das jetzt schon. Aber wir machen jetzt auch mal zusätzlich was ganz anderes noch. Und zwar möchte ich gerne nach Hogsmeade gehen. Und ich will zum Friseur gehen. Ich habe jetzt lange genug mir diese netten grünen Haare angeguckt. Oder Türkis. Die sind zwar fly, aber passen auch sehr gut zum Slytherin House. Aber das ist mir jetzt erstmal genug. Ich mache wieder ein anderes Outfit auch. Und dazu will ich auch dann passend einen anderen Haarschnitt und eine andere Haarfarbe. So, was wollen wir denn für ein Haarschnitt? Ich finde das halt nicht gerade ganz nett mit den kürzeren Haaren. Weiter unten ist auch nicht mehr so viel. Ne, die will ich nicht. Ich auch nicht. Das ist zu kurz. Das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, aber die hatte ich glaube ich noch nicht. Die hatte ich schon mal. Ne, ich nehme die hier. Was nimmt man denn dafür? Ich weiß nicht, ob ich die schnarrte. Aber ist egal, die gefällt mir gerade sehr gut. Ne, ich möchte mal eine eher natürlichere Haarfarbe gerade nehmen. Jo, das gefällt mir. Und dann gehen wir natürlich auch noch ins Gear-Menü. Und schauen, was haben wir da? Keine Ahnung. Nichts Gutes. Als erstes das Outfit. Ich habe neuerdings das Outfit vom Professor Ronan geschenkt bekommen. Das ist irgendwie auch ganz nice, aber das ist nicht gerade nicht das, was ich mir anziehen möchte. Das gefällt mir alles nicht. Schottenrock will ich auch nicht. Das finde ich ganz nett. So, was nehmen wir dafür für ein Cloak? Ne, ich will eigentlich einen offenen Cloak haben. Das ist auch schon mal nicht ganz cool. Ich möchte das Outfit darunter ja sehen. Ja, das ist das Outfit von Professor Black. Das möchte ich nicht haben. Ne, das will ich auch nicht. Ja, das Dark Arts, die Dark Arts Rope ist schon ziemlich cool, aber will ich mir gerade eher nicht anziehen. Das ist ein Teil von einem Outfit, das möchte ich aber gerade eigentlich nicht anziehen. Hier sind irgendwie alle zu. Ich möchte aber einen Mantel, der offen ist, damit man das Outfit darunter sieht. Ich glaube, ich nehme das, was ich am Anfang ganz cool gefunden habe. Und zwar das hier. Ja, das ist auch ein richtig cooler Mantel eigentlich mit einem schönen Kragen. Okay, dann. Dann haben wir den Cloak und dann gucken wir noch an, ob wir einen Scarf dazu anziehen. Irgendwie alles nicht so mein Ding. Ne, ich lasse den Scarf weg. So, Kopf machen wir auch nicht voll. Und wie sieht es aus mit den... Ah, wir haben tatsächlich die, die hier, das sind die, das... Oh. Wenn die nicht so... Also wenn die, 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 die Oberseite des Rahmens nicht so seltsam wäre, dann würde ich mir das Ding echt antun. Aber... Aber... Ja. Ähm... Ne, ich glaube, ich werde einfach auch wieder auf die Brille verzichten. Aber auf jeden Fall werden wir uns ein Handwerk geben dieses Mal. Denn die sind tatsächlich cool. Das sind die, äh... Handschuhe von Professor Ronan, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das... Coole Kombination. So, ich glaube, wir haben auch eine Challenge, die wir freischalten können. Yes. Und zwar... Infra-Rai. Oh, noch mehr. Spiders. Trolls. Wir müssen mal einiges gekämpft haben in der letzten Folge. Okay. Ja, das ist auch ein cooles, äh... Outfit. Feed Guide Pages. Ja, da fehlt auch nicht mehr so viel. Jo. Okay. Talentpunkte müssen wir, glaube ich... Ne, wir haben keine übrig. Dann können wir uns wieder den Quests widmen. Ähm... Level 24. Level 20. Boah, ich glaube, das werde ich mal machen. Das ist aber... Ja. Okay. Äh... Die Quests habe ich zuletzt auch gemacht. Und dann kam die... Kam die Buggy Merlin Trial. Aber das ist mir egal. Ich probiere sie einfach nochmal. Das ist ganz im Süden wieder. Äh, warum hat er die jetzt nicht ausgewählt? Keine Ahnung. Oh, hier ist eigentlich was, was viel näher ist. Ja, okay. Dann mache ich, glaube ich, lieber die Quest mit Poppy. Das ist besser. Na, hier drüben ist auch noch was, was ich mal kurz brauchen wollte. Also hier haben wir alles gefunden, richtig. Ja, haben wir hier alles gefunden? Ne, da fehlen noch Collection Chests. Endemic Guys Statue. Ja. Da sind alle gefunden. Hier. Hier sind Collection Chests, die noch fehlen in diesem... Okay, das können wir mal direkt machen. Wenn hier noch, wenn hier noch Zeug ist, dann werde ich das erstmal versuchen zu finden. Okay. Oder oben ist noch ein Haus, das wir noch gar nicht aufgemacht haben. Na cool. Wie habe ich das dann übersehen? Wahrscheinlich hatte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie kein Aloha Mora, der gut genug ist für diesen... für diese Tür. Dann kann ich auch gleich nochmal hier ein bisschen was verticken. Ja, ich dachte, das wäre ein Schloss, diese... diese blaue Flamme da. Okay. Na, komm schon, rüber. Aloha Mora! Revellio! Was haben wir hier? Ein Demi Guys? Ja. Dann müssen wir erstmal warten. Mein jetzt, Demi Guys. Revellio! Hier ist sie um keinen... keine Chests oder so, die ich einsacken kann. Ja, gar nicht. Gut. Noch mehr Häuser, die ich ausrauben kann? Gibt ja noch Collection Chests, die ich noch nicht eingesammelt habe. Oh, hier. Ist noch was. Weil ich nicht weiß, ob das Collection Chests gilt. Ah doch, es gilt. Na dann gucke ich mal schnell auf die Karte, ob ich jetzt hier alles habe. Ja, alle Collection Chests, alle Demi Guys. Statues. Dann ab zur Händlerin. Indem da man immer ein Shit abnimmt. Na, so viel ist das gar nicht. Legendary Sauce. Aha. Boah, der ist gleich gut. Ne, ich verkaufe. Der ist besser, okay. Ja, muss ich erstmal schauen. Der Gegenstand. Ob der mir passt. Ich dachte, ich hätte mehr mehr Wetter. Yes, ich auch. Ähm, dann wieder nochmal in die, ganz nach oben. So, und da fehlen mir noch drei Collection Chests, eine Field Guide Page und eine Demi Guys Statue und ein Infamous Foe. Okay, wo ist denn der Infamous Foe? Wo habe ich den denn vergessen? Okay, dann gehen wir da mal direkt hin. Da waren wir doch schon drin in diesem Teil, also. Keine Ahnung, ob ich das einfach nur blind übersehen habe, oder? No more happy days for you. Mhm. Happy days. Let's do it. Descender. No more happy days for you. No more happy days for you. Stimmt schon. Crucible. Expelliante. Ich will dich in der tiefsten Spur. So, ich flieg erst mal hier rein und guck wo da der. Hm, not the best place. Was am I doing here? This patrol is weapon. Ich muss erst meine Spells wieder passend organisieren. Ähm. Wo habe ich denn aktuell die Findo? Da? Mhm. Spelliamas. Bombarder. Okay, dann machen wir das. Ah, nein. Bingo bleibt. Okay. 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 Der Traffekt ist totales. Ach, kann das sein, dass ich den töten muss, den einen hier? Das kann natürlich sein. Ich habe den nicht getötet jetzt, sondern ich habe ihn halt, äh, ich habe ihn halt versteinert und deswegen ist er nicht tot. Ah, 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 ah. Wie witzig. Okay, schauen wir mal. Hier habe ich hier alle, da habe ich alle Statuen. Okay, da habe ich alles. Äh, hier, da ist noch was. Ah, 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 ich glaube, ich weiß warum. Ja, da ist, hier ist ja noch irgendwann mal Treasure Vault und so. Aber, aber, ja. Ich glaube, ich werde es jetzt einfach ausrauben. Ganz einfach. Was ist das hier? Wem rede ich hier? Ominous. Ah, kann das sein, dass wir dann gleich da reingehen? Das kann sein. Vielleicht habe ich mich dann auch damals geirrt, als ich gesagt habe, wir würden irgendwann mal hier, hier reingehen, in diese... Hm. Ja, nee, dann... Mach ich erst mal die Quest mit Ominous. Ja, mach mal erst mal die Quest mit Ominous. Weil das ist Level 28, ne? Und das hier ist Level 20. Ah! Egal. Und das hier ist einsteck. Ja. Das war's für heute. Da hätte ich mich auch direkt den Telebot nehmen können. Ja, ich denke wir müssen Sebastian mal langsam zur Raison bringen. Von mir aus Inferi. Alles klar. Dann gehen wir da also rein. Und gucken mal, was Sebastian so für Partys feiert mit den Zombies. Okay. Da ist überall nichts mehr dran. Oh, danke. Und jetzt bin ich Ferio. Und sagt Omenes irgendwas dazu, dass ich Imperio gecastet habe? Nein. Wo ist der ein Ver... äh, nicht... äh, äh, was sag ich denn hier? You did an unforgivable curse. Meine Güte. Und es gibt keine Säbastien. Fringo! Fringo! Bindos! Biosi! Bombarder! Accio! Descendo! Espelliarmus! Auch immer so lange, bis ich verdammten Feuerspace habe. Ich bin so worried about Sebastian, I didn't even realize Anne's going to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them? As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. You want to get to see him? Revealio. I mean, it's over. You have to get to see him. Revealio. I mean, I'm in the sense of actually a little bit. Okay. Then we'll see if he's in the middle of the right direction. Is he not in the right direction? No. How many Inferi are there? Bombard. 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 Ich glaube, hier geht's tiefer. Oh, da ist er. Danke. Das ist Sebastian. Ich ahne Ungutes. Was zwei haben Sie gemacht? Achio, Relic. Solomon! A Relic! Ah, wir kämpfen jetzt gegen Solomon. Ich muss nicht meine Info-Ren-Ferrilen. Ich habe meine Info-Ren-Ferrilen. Ich habe ihn! Ich bin ein. Jajajajaja yeah hey ich glaube es reicht vollkommen aus wenn wir solomon hier kaputt machen ich bin Klingel! Supermacht! Sorry, it had to be done. Glacius! Expelliarmus. Benete. Okay, Klingel! Stupidmacht! Bombarder! Legio! Bodegle! Stupidmacht! Klingel! Imperial! Defindo! Expelliarmus! Klingel! Stupidmacht! Now you've gone too far! Descending! Yeah! Bombarder! Infringo! Leviosa! Bodegle! Duterte! Descending! Expelliarmus! Infringo! Mestre Salone! Stomp! How dare you! You're no friend to my nephew! Ha! Sorry, it had to be done. Bombarder! Descending! Descending! Incendio! Rescending! It's going too fast! I'm fine! I'm fine! I'm fine! You're no friend! I'm fine! Stupidmacht! Stupidmacht! Akio! Descending! Expelliarmus! Kursi! Acheon! Entschuldigung! Sie kann nicht heilt, Sebastian! Du musst stoppen! Ich lasse sie nicht. Vamakadabra! Zipulto! Incendio! Das ist aber ein heftiger Incendio. Tja. Wann wird das einsehen? Ich glaube, er wird es nicht einsehen. Er soll es auch gar nicht einsehen. So ist er auch geschrieben, der Charakter. Du hast eure Wahl gemacht. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich glaube nicht, dass sie was getan hat. Aber... Er ist so in seinem eigenen Scheiß. So verblendet. Ich kann ihn nicht verlassen. Ich kann ihn nicht verlassen. Ich kann ihn aber nicht stoppen. Sebastian! warte! Ich kann auch keinen Imperiokasten. Auch kein Crucio. Stopp, Sebastian! Hold on! Ich glaube, wenn ich jetzt hier die Mandrake benutzen würde, würde es das auch nicht bringen. Was ist denn? Was ist denn? Warum wartet sie jetzt auf einmal? Warum wartet sie jetzt auf einmal? Nein. 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 Ich will natürlich diesen Avada-Kedavra-Curse lernen. Ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass das, was ich jetzt sagen werde, richtig ist. Aber ich will ihn lernen. Egal. Das bin ich nicht der Meinung. Ja, natürlich, bitte. Ich... Ich... Das kann natürlich auch... Man könnte mich auch total als den extremen Master Manipulator hier annehmen, weil... Man könnte mich auch total als den extremen Master Manipulator hier annehmen, weil... Ja, ich werde mich mit Sicherheit in anderen Gesprächen... ein bisschen anders verhalten, die jetzt hier folgen werden, wenn's geht. Jawoll. Ha, der Killing Curse. Ha, 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 ha. Ah ja. Wir haben schon einen ziemlich durchtriedenen Charakter. Wobei man das generell sagen muss. Please. I'm not myself right now. I'll get later. The Undercroft. Alright. Diese... Diese Nebenquest hier, diese ganze... Dieses... Diese ganze Quest-Arc mit Sebastian und Anne und Ominous und Solomon und sowas alle. Die ist extrem, ähm, ähm, eine Achterbahn. Ähm, vor allem wegen Sebastian. Und, äh, da kann man, wenn man die macht, diese Quest-Arc, ähm, nicht viel tun. Also, man ist im Prinzip eigentlich nur die ganze Zeit der, ja, der Spielball. Vor allem auch von Sebastian und von den anderen. Man, man ist einfach nur das Werkzeug, das Tool. Man kann nicht sagen, okay, ich mach das jetzt nicht. Wenn man die Quest-Arc, äh, äh, weiterspielen will, dann muss man, dann ist man tatsächlich darauf angewiesen, äh, bestimmte Dinge zu tun und zu machen, äh, zu sagen, die man, von denen man vielleicht einfach überhaupt nicht überzeugt ist. So, äh, hab ich jetzt hier den, äh, also jetzt wird der, definitiv der, der, der Ding ist, der Infamous Foe nicht angezeigt. Ja, dann hab ich ihn tatsächlich gekillt, indem ich ihn, äh, ähm, indem ich ihn versteinert habe. Dann ist es anscheinend trotzdem ein, ein, ein Killing-Cast oder was? Oder besiegt? Keine Ahnung. Na gut, ich mein, es, es ist sowieso eigentlich in dem Spiel, wenn man es so sieht, äh, äh, ziemlich absurd, dass man hier einen Killing-Curse lernt, wenn man die ganze Zeit alle möglichen Monster und alle, an alle möglichen gegnerischen, äh, Wizards alle tötet. Weil, was anderes macht man hier ja nicht. Ja, es ist eigentlich GTA, äh, in der Wizarding World. So, ja, und nach diesem kleinen Exkurs-Vortrag, ähm, machen wir erstmal hier weiter mit, äh, dem Erfinden, äh, dem Erkunden und zwar hier mal mit der, äh, mit der, äh, mit der, äh, Field Guide Page. Warum hat er mich jetzt erst in die andere Richtung gelockt, hä? Ich brauche noch unbedingt noch ein zweites, äh, äh, Einhorn und einen zweiten, zweiten Phoenix, aber ich glaube, die gibt es im Süden. So, erstmal brauche ich das hier. Hm, ach, das ist im Berg, der Camp. Ja, dann gehen wir erstmal da rein. Hier ist er nichts. Warum guckst du nur in die Ecke? Das ist viel zu leicht. Fang ist eins, was ist das denn? Ich dachte, der würde aufversteigert werden. Oh, das ist das. Zumum, der warst du an, der Biest! Ich werde nicht schiefst. Ich werde nicht so, dass du... ...dead. Rievelion. wie komme ich jetzt darüber hier So, hier haben wir die FieldCard-Page. So, das soll hier aber auch noch irgendwo einen Eingang geben zu einer, zu einem Dungeon. Ja, da vorne. Ach, das ist unter Wasser. Cooler Dungeon. Genau, hier hinten ist nämlich ein... Nein, so ein Haken, den ich auszaubern muss. Achio. Revello. Cooler Dungeon. Okay, dann werde ich die als nächstes erstmal suchen. Revello. Ah, okay. Okay, er ist das. Revello. Well, wo ist denn hier noch ein Haus? Ah, hier ist noch ein Haus. Da war ich nicht drin. Aber da kommt man auch nicht rein, so wie es aussieht. Du hast es geschafft. Ah, es ist jetzt mal wieder Tag. Das ist schön. Es ist nur bei Nacht. Ich denke, das bedeutet, dass du ein Glück hast in der Bibliothek? Es war ein paar Stunden. Und ein paar Stunden. Aber ich denke, das ist die Cave Doran erzählt uns. Impressive. Besonders mit, wie wenig Informationen er uns gab. Ich bin noch nicht sicher, ob das die Cave ist. Aber es war die größte Herausforderung. Ich habe ein bisschen Folklore über eine Cave in der Umgebung, die Menschen anzusehen. Es war der perfekte Ort, um etwas von Wert zu schützen. Es ist ein bisschen ein Lauf, ich verweißen. Aber kann ein mysteriöses Items, wie eine spezielle Moonstone, in einer ziemlich mysteriösen Cave geblieben sein? Ich denke, ich bin jetzt nicht bereit für alles. Was würde sie wohl sagen, wenn sie erfahren würde, dass wir gerade Avada Kedavra gelernt haben? Haben Sie herausgefunden, warum Menschen anzusehen diese Cave? Verdammt, wirklich. Der Räume war, dass die Cave macht die Menschen verrückt. Ich konnte gar nicht nachdenken, von jemandem, der war in der Cave. Also, es ist ein Räume, oder jemanden, der in kamer war, war nicht in einem Staat, um es zu sprechen. Na, wir sind hier. Wir können auch mal sehen. Entstanden. Ich weiß nicht, ob Sie sind blind, von Starrung direkt nach Moonstone. Okay. Okay. Hmm, okay. So, von Gras runtergekommen. Okay, gut. Ich denke mal, ich damit hier runter musste, habe ich nämlich irgendwie so ein Ding gesehen, wo man das benutzen kann, ja. Kommen Feinde? Keine Ahnung. Wir benutzen die Puls. Auch damit haben wir jetzt irgendwas geöffnet. Ah, wir haben hier diesen... Okay. Sehr gut. Na, komm und rede ich, bitte. Warum? Ach so, verdammt nochmal, weil der fokussiert war. Cool. Wooppa. Das ist ein toller Baum. Ich habe leider keine Ahnung, was dieser Baum macht. Wahrscheinlich hat es Poppy irgendwann mal erzählt und ich habe es mir einfach nicht gemerkt. Ja, gehen wir weiter. Okay, diese Tür, die öffnet sich irgendwann noch. Und das Truhen-Symbol auf der Minikarte, das ist hier hinter dieser Wand. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fruipers und jetzt das. Okay, in diesen... Ja, ich weiß, die Motten sind hinter diesen Türen. So, äh, dann machen wir mal diese Tür hier auch da. So, dann die nächste Tür. Nein. ja diese tür noch okay aber es sind immer noch irgendwelche sachen in den wänden wir werden hoffentlich hinkommen na klar da ist wieder so ein spinner wir sollen noch finden wo die motto ist was ist wenn ich hier runter springen da komme ich irgendwo hin und ist nämlich auch definitiv irgendeine mutter ich gehe mal kommt da jetzt poppy hinterher ja okay noch mehr duck box aber hier hinten ist erst noch mal eine kleine sackgasse gewesen aber sonst nichts weiter okay 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vor allem, wenn hier ein Schalter ist, die Minikarte auf der anderen Seite bereits aufgedeckt war. Ja, wie gesagt, diese Tür würde sich noch öffnen. Okay, dann geht's wahrscheinlich eher hier hinten weiter. Okay. 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 Ja, wir brauchen ja ohnehin eigentlich nur eine Motte. Vielleicht hab ich die auch einfach schon längst gesehen und bin an ihr vorbeigelaufen. Also hier definitiv nicht. Ja, okay, dann tauchen wir einfach wieder auf und schauen, ob wir vielleicht woanders hier die Motte bekommen. Schlimmstenfalls muss ich mir halt mal hier den Kompass anmachen. Ah, okay. Was, wie kann denn das sein? Eine Motte unter Wasser. Also wir müssen irgendwie dieses Wasser hier ablassen. Kann man hier hoch? Ah ja, da kann man hoch. Ja gut, aber auf dieser Seite war ich schon. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ich hier einfach die anderen Motten mitnehmen kann, oder? Probier's mal. Oder doch. Damit hab ich jetzt absolut nicht gerechnet. Ich dachte, das geht nicht. Achso, ja. Du kannst ruhig ein bisschen mithelfen, Robby. Du kannst Depalzo sicher auch. Merlin, du bist schön. Depalzo. Lumos. Da muss ich sie wieder klauen. Das war's. Ich hab ihn erwischt bevor er angreifen konnte. Und dann noch die Pulso. Oh mein Gott! Was sind denn das für Dialoge? Die Dialoge! Okay. Was ein Baum. Ja, ich hab keine Ahnung was hier sein soll. Ich hab der Story nicht folgen können. Rebellion. Hat schon ein bisschen was von Vivarium hier unten. Wir haben ihn gefunden. Das ist wie sie sich direkt auf die Moon schauen. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better to do with snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. I think that's it over there. Ich kann auch nicht fliegen. Ich fühle mich trotzdem schrecklich, dass ich der Grund, warum sie da waren. Wahrscheinlich wird sie glücklich, dass du die Snidgets nachher gehst. Ich hoffe so. Gran versteht, wie wichtig es ist, die die, die es braucht. Ja, mir scheint es hier aber auch nicht zu geben, außer so ein paar Potion Ingredients. Ja, der Level hört hier einfach auf und es ist auch nur Felsen. Also, keine weiteren Geheimnisse, so wie es aussieht. Schade. Rebellion. Rebellion. Na gut, dann wollen wir mal zum Ziel gehen. Naja, der kriege ich jetzt nicht mehr lang. Ich weiß ja tatsächlich auch, was hier denn passieren wird. Nicht besonders spektakulär. Wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Hier muss ich hoch, ja? Ja. Ganz schöne akrobatische Leistung hier, solche Wände hochzuklettern. Ich denke, wir können sicherlich sagen, dass wir wissen, wo die Moonstone geht. Oh. 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 Was? What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Merlin! I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in. But the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Well then, I'll tell you a bit more. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around. Always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly I suspect that wouldn't do any good. Ich glaube auch nicht. Aber wir haben doch irgendwann mal so'n Brief aufgesammelt, wo irgendwas über Borneo gesagt wurde, oder nicht? Wir waren so viele Pachere in der Tent. Wollt ihr nicht darüber bemerkt, dass sie mich nicht bemerkt worden sind? Pachere sind nomadisch, und die meisten derjenigen in der Region sind keine, die ich habe gewohnt. Das gesagt, ich glaube, dass jemand mich bemerkt hat. Das ist so, dass sie zu Gran gekommen sind. Ich bin glücklich, dass du mir sagst. Aber hallo. Aber hallo. Hat er nicht mal angefangen. Haha. Wie viel Uhr es auch immer ist. Also könnte ja von mir aus auch 6 Uhr morgens sein, ne? Also... Ich bin bereit, um zu verlassen. Ich bin bereit, um zu verlassen. Okay. Oh, direkt hier. Im Vorgarten. Wow, wow, wow. Okay. Ist hier eigentlich auf der Spitze von diesem... Von diesem Water Fountain. Das sieht aus wie... Ne Ahnung. Eine coole Animation. Ja, äh... Jetzt ist aber erstmal Schluss anscheinend mit dieser Quest. Die scheint wohl jetzt fertig zu sein. Was ist hier? In the Shadow of Fate. Ah, ich muss mich wieder mit Sebastian treffen. Das machen wir jetzt aber nicht. Ähm... Stattdessen werden wir uns erst einmal... Bisschen ausruhen. Ich mach ne Pause. Ähm... Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen bei Folge Nummer 43 von Hogwarts Legacy. Bis zum nächsten Mal. Ciao.